Willkommen zurück zum Let's Play Sam & Max. Ja, was ist bisher eigentlich passiert? Bisher wurden wir angegriffen von so einem komischen Roboter, haben festgestellt, dass Santa böse ist anscheinend und haben jetzt Dinge gesammelt für einen so quasi Exorcismus. Ja, und ein Pferd fehlt uns noch. Und was mir aufgefallen ist, man kann hier diese Garage anklicken. Das habe ich noch gar nicht angeguckt. Und dahinter befindet sich auch was. Oh, scheiße, jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt. Tut mir leid. Pimplücker. Pst, was? Aber da sehen wir schon mal, wir haben schon mal das nächste Pferdchen dort. Und da ist nämlich jetzt auch dann die Sache, ja, wo war eigentlich das? Weil ich hatte ja eigentlich schon alles angeguckt. Ihr wisst also, wie man Autos verbessert? Weil ihr leidlich, verbringten Machines, die nichts tun, um sinnvoll zu fühlen? Pst, yes, in. Oh, dear. Import ist realist. Ich hatte nur noch ein Breakthrough. Das ist alles über meinen Vater. Genau. Ach, sie sind einfach generell geschirrt. Selbst wenn man es nicht versteht, man merkt es, oder? Ähm, ja. Wir fragen mal, ob sie unser Auto hier aufpimpen können. Pimp our car. Please make a selection from the following menu. If you'd like the exclusive Death Horseman Hood Ornament, press one now. Oh, oh. And what else? That is y'all we have. There was in ordering malfunction. Ja, das erste ist gleich, dass wir, äh, äh, dass, das, ähm, das Ferdchen nehmen können. Wenn wir eins drücken. Ich will eins drücken. Eins drücken. We want that horseman. We'll take that Death Horseman Hood Ornament. Excellent. First, however, you must complete the Pimplica Driving Challenge. Oh, just give us the horse. Where is this on in that? We've pooled together our years of experience in designing the most advanced computer games to bring you the ultimate augmented reality driving experience. Augmented reality? Yes. While you weren't looking, we placed a pair of our patented augmented reality goggles in your vehicle. You did? Wie haben die das geschafft, da irgendwas in mein Auto reinzutun? Wenn sie eigentlich mit mir reden? Would you like to try the driving challenge now? Äh, ja, sonst kriege ich den Reiter nicht. Initiating augmented reality driving sequence. Ich finde mir das Schild so schön. Hello, mein Name ist Kurt. Okay. Hallo und willkommen in der Pimplica Driving Challenge. Wir sind hier ganz viele quasi Elmus. Dank an die Neu-Technologie und der Gorkar, Sie können jetzt fahren, um ein Computer-Keyboard zu nutzen. Weil oben ist Elmaset. Vielleicht soll ich auch mal lesen, was er eigentlich gesagt hat. Your mission is to hit the display number of torture and the Elmas dolls. Ja. Ich muss Elmas töten. Ja, ich weiß, was ich machen muss, nur wie viel Zeit ich hab. Ready? Go, go, go. Ah, ah. Los, komm, komm. Ach, Mann. Ich mag keine kleinen Elmas überfahren. Oh, oh, oh. Ey, komm, komm. Ob ich das hinkriege? Ey, echt mal einfacher gesagt als getan, aber es reagiert ja nicht so super toll. Please kill me? Sagt das Elma wirklich? Also die Puppe hier. Ach komm, das kann ich schaffen. Ja, das kriege ich hin. Ey, komm. No. Das ist echt schwer. Also hier, dass das mal richtig steuert. Das Auto fährt zu schnell, aber reagiert zu schlecht, äh, mit den Seiten. Ja. Ey, das war ja einfach. Sich das vorne nicht sch... Also generell, ich bin ja schon mal das langgegangen, aber... Nicht zufällig mit der Maus über die Garage. Ja, jetzt haben wir alle vier. Wir wissen, wo wir es hinstellen müssen und wir haben den Song. Dann gehen wir mal hier Exorzismus machen und so. Ich glaube doch jetzt alle, ne? Ja. Hä, da fehlt eins. Aber die... Aber ich... Ich hab das doch jetzt, oder? Hä? Warum ist das nicht in meinem Inventar? Ah, ah, das ist... Ah, das steht da drauf. Okay. Ja, dann fahren wir mal zu Center. Ähm... Genau. Nein. Wir wollen zum Nordpol und nicht noch über irgendwelche Spielzeugdinger fahren. Oh, da wollte ich auch noch was austesten, ob die, ähm, Glücklichmacherpillen, ob das geht, ähm, dass ich das den, ähm, Jimmy Zweizahn zuschicke, damit es ihm besser geht. Damit er doch nicht vom Dach springt. Weil mit Worten hat nichts gebracht, ihn davon abzuhalten. Wenn man ihn jetzt davon abhalten soll. Ich weiß nicht, vielleicht bleibt er ja die ganze Zeit jetzt, der gesamten Season 2, jetzt die ganze Zeit dort oben. Kann ja sein. Jo. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Ah, ich hab das mitgenommen? Okay, wofür brauche ich das? Christmas Tree. Ja. Ich mag die Melodie. Na ja. Ähm, ich versuche jetzt erstmal das noch hinzuschicken, bevor ich dann, ähm, ähm, Dings hier, das alles drumherum stelle und so. So die Happy Pills. Happy Pills, Happy Pills. Happy, Happy, Happy Pills. So. Mal gucken, vielleicht geht's ja. Blablabla. Genau. Und. Bosco, Super Lincoln, Stinky. Mua. Schade. Geht nicht. Na ja, ich stelle da mal. Gut. Den einen. Es wäre auch nicht wichtig gewesen, wenn ich jedes Mal zurückgekommen werde, nur um einen hinzutun. Naja. Den zweiten. Ja, ich hoffe auch, dass das sich gut hier. Und nochmal drei. Ja, die wollen also ein Video von dem Exorzismus hochladen auf YouTube. Seht ihr dann demnächst, ne? Und auch noch singen. Ah, noch singen? Hallo? Let's put on the Friendly Demon song. Oh, Gott. Oh, like a lightbulb, like an ersten, like, Gelantino's girl, like two ferrets and a dolphin's double together. Like a lightbulb? Ah, noch eine Lösef Note. Das ist ein Platz, mit dem Ding in der... ... 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 Ja, das Gefühl habe ich dir auch, dass das nicht so geht. Okay, also wir müssen was über ihn anscheinend herausfinden. Okay, wir müssen was über ihn herausfinden. Wir müssen es auch über ihn schreiben. Also, wenn du einfach die Kugel hervorstellst, dann könntest du nur die Kugel hervorheben. Es ist eine Torture-Me-Elmer-Doll. Schau, er kommt mit seinem eigenen breakable Spirits und detachable Retinas. Ich gucke mich mal um, ob ich hier irgendwie was an Informationen finde. Sie sehen, all diese Toys machen mir irgendwie, dass ich wieder ein Kind war. Nein, bis jetzt irgendwie noch nichts. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja. Okay, und was ist das da? Das ist wahrscheinlich ein Hinweis. Nehme ich mal an. Der Switch macht ja nur diesen Bomber. So, gucke ich mal oben da. Die gibt es ja auch noch. Die Guillotine, ähm, Cannon, Bowlingpin und Toybit. Ähm, nein. Ich frag mal die Elfen. Ähm. Weißt du, kann ich mir schlecht sagen, machen wir was. Nein, das bringt mir nichts. Er wahrscheinlich auch nichts. Nein, die Elfen bringen mir auch nichts. Ähm, ja, dann ist unser Computer. Ah, da, Shambling Corporation Presents. Das ist eins davon. Nö, ich habe nichts Besseres zu tun, als auf dem Trampolin herum zu bringen. Oh. Oh. Genau. Genau, die haben ihren Spaß daran. Okay, das, was ich auf jeden Fall... Warte mal, ich versuch's noch mal. Ich hab irgendwie schon alles angeklebt, aber irgendwie hilft das nicht. Vielen Dank.